Aus den Erinnerungen des Überlebenden Romuald Bonk Man eröffnete ihnen, dass sie wegen des Platzmangels während der nächsten Nacht in einer großen, gemauerten Scheune werden übernachten müssen. Ferner wurde ihnen mitgeteilt, dass sie am 14. April den Amerikanern übergeben werden sollten. Die Behandlung durch die Wachmannschaften erinnerte in keiner Weise mehr an das Lagersystem. Die Scheune war gemauert, hatte vier Holztüren, je zwei auf beiden Seiten. Das Dach wurde von eisernen Pfeilern gestützt. Der Holocaust von Gardelegen. Eines der schwersten Verbrechen in den letzten Kriegstagen 1945. Dokumentation von Simone Trieder. Ja, wir befinden uns hier an einem historischen Tatort, unweit der Stadt Gardelegen. An diesem Ort fand ein grausames Verbrechen statt. Hier wurden 1016 KZ-Häftlinge in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 ermordet. Das waren Häftlinge, die in Räumungstransporten und auf Todesmärschen zu Fuß hierher nach Gardelegen geführt wurden. Sie wurden dann hier an den Stadtrand geführt. Hier stand ein Gebäude, eine Steinscheune. In diese wurden sie eingesperrt. Die Tore wurden verriegelt. Dann wurde das Gebäude von außen mit Brandsätzen in Brand gesteckt. Es sollen auch Handgranaten in das Gebäude geworfen worden sein. Und diejenigen, die aus der Scheune noch fliehen wollten, auf die wurde geschossen. Andreas Fröse ist seit 2015 Leiter der Gedenkstätte Isenschnipper Feldscheune Gardelegen. Den Historiker kenne ich bereits seit einigen Jahren. Uns verbindet unser Interesse an den historischen Ereignissen im April 1945 in Gardelegen. Die Hanse- und frühere Garnisonsstadt liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Entstanden vor etwa 800 Jahren im Schutz der Burg Isenschnippe. Auf dem gleichnamigen Gut befand sich eine große, gemauerte Feldscheune. Das dort in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges verübte Massaker ist bis heute weltweit mit dem Namen der Altmarkstadt verbunden. Es gehört zu den schwersten Verbrechen im Zuge der Todesmärsche aus den Konzentrationslagern. Aus den Lagern Hannover Stöcken und Mittelbau Dora waren seit Anfang April 1945 mehrere tausend Häftlinge per Zug unterwegs in Richtung Bergen-Belsen. Dieses Konzentrationslager war seit Ende 1944 Ziel der Räumungstransporte aus den frontnahen Lagern. Doch die Alliierten rückten nach Mitteldeutschland vor. Deshalb wurden die Transporte, auch wegen zerstörter Gleise, wieder zurückgeleitet und sammelten sich schließlich im Raum Gardelegen. Von den Bahnhöfen in der unmittelbaren Nähe, Mieste und Letzlingen, brachte die SS mithilfe von Volkssturm und Hitlerjugend etwa 2000 Häftlinge zu Fuß in Richtung Gardelegen. Wer zu schwach war, wurde erschossen. Einige flohen unterwegs. In der Publikation Tage im April, die das Stadtmuseum Gardelegen 1993 herausgab, sind Stimmen von Zeitzeugen gesammelt. Auch von einigen der wenigen Überlebenden des Massakers in der Isen-Schnipper-Feldscheune in der Nacht vom 13. zum 14. April 1945. Aus den Erinnerungen des damals 33-jährigen Überlebenden Romuald Bonk. Nachdem alle drin waren, wurde die Tür geschlossen. Der Boden der Scheune war mit Stroh bedeckt. Es sah so aus, als ob man es wirklich vorbereitet habe, damit wir bequem schlafen sollen. Nach einigen Minuten begaben sich sämtliche Häftlinge zur Nachtruhe. Über 1000 Männer befinden sich in der Scheune. Franzosen, Sowjetbürger, Polen, Ungarn, Belgier, Deutsche, Italiener, Tschechen, Jugoslawen und Menschen anderer Nationalitäten. Sie legen sich schlafen in dem Glauben, dass sie am kommenden Tag den Amerikanern übergeben werden. Aus den Erinnerungen des damals 34 Jahre alten Georges Crétin. Franzose. In diesem Augenblick ludert Feuer unter der geschlossenen Tür hervor. Wir sind im Innenraum der Scheune eingesperrt. Sofort versucht jeder von uns, die Flammen mit der eigenen Kleidung zu ersticken. Einige Minuten später erscheint ein SS-Offizier. Er hat eine brennende Fackel in der einen und einen Revolver in der anderen Hand. Ein Kamerad wirft sich mit einem Messer auf den SS-Offizier, der sich umdreht und ihn kaltblütig erschießt. Ein großer Haufen Stroh hatte Feuer gefangen. 1016 Menschen sterben im Feuer oder ersticken. Und die zu fliehen versuchen, werden erschossen. Einen Tag später erreicht die 102. Infanteriedivision der US-Armee Gardelegen. Auf der Suche nach versprengten Truppenteilen entdecken die Amerikaner unweit der Stadt die Scheune und das Massaker. Ja, ich habe hier mal das originale Live-Magazin von 7. Mai 1945 rausgesucht. Das wird in der Dauerausstellung auch zu sehen sein. Das Live-Magazin war damals 1945 ein sehr wichtiges Informationsmedium. Und dieses Magazin hat im Mai 1945 die Bilder der US-Amerikaner aus Gardelegen von dem, was sie im Innern der Scheune vorgefunden hatten, veröffentlicht und weltweit bekannt gemacht. Und das ist sozusagen im Rahmen einer größeren Geschichte, die wir hier sehen über das Kriegsende in Europa, mit integriert. Bilder von verschiedensten Orten, teilweise auch aus Buchenwald, aus Bergen-Belsen. Und dann eben hier auf dieser großen Doppelseite unter dem Begriff Atrocities, Gräueltaten, sind die Bilder aus Gardelegen zu sehen. Interessant auch hier die Bildunterschrift, The Holocaust of Gardelegen. Auf diese Bildunterschrift geht eben auch, was man heute noch öfters hört, die Meinung zurück, der Begriff Holocaust sei in Gardelegen erstmals angewandt worden. Das ist so nicht ganz richtig, den Begriff gab es auch vorher schon. Und das, was wir heute unter Holocaust verstehen, nämlich den systematischen Völkermord an den Juden Europas, das war damals noch nicht gemeint. Holocaust hier bezieht sich auf ein Verbrechen, das eben auch mit Feuer, mit Brand verbunden ist. Gleichwohl war das Schlagwort der Holocaust of Gardelegen hier erstmals erwähnt und hat eben auch das Verbrechen aus der Feldscheune von Gardelegen weltweit bekannt gemacht. Die Amerikaner konfrontieren die Gardelegener Bürger mit dem Verbrechen und ordnen an, dass jedes der Opfer einzeln zu bestatten sei. Alle Männer ab 16 Jahren haben sich mit Laken und Spaten vor dem Rathaus einzufinden. Etwa 250 bis 300 Männer werden zur Scheune gebracht, wo sie vier Tage lang Gräber ausheben und die Toten beisetzen müssen. Wie tief sich das in das kollektive Gedächtnis der Gardelegener eingegraben hat und über Generationen weitergegeben wurde, zeigt die Episode, an die sich der pensionierte Landwirtschaftsingenieur Erhard Polan erinnert. Ein Kollege hatte ihm erzählt, dass sein Vater auch mit hier hoch war zum Friedhof und dass der sich Handschuhe noch mitgenommen hatte und kriegte einen Gewehrkolben ins Kreuze, flog auf den Leichenhaufen rauf und musste die Handschuhe ausziehen, also mit bloßen Enden musste das gemacht werden. Auch Polans Großvater war als einer der Älteren dabei. Er sagte bloß, man hätte ja noch viel mehr fragen sollen damals, aber wie das immer so ist, er sagte auch, wo sie jetzt hier hoch mussten, waren ja zu der Zeit damals, 45 waren ja von den Männern hier in Garlink, die mittleren Jahrgänge waren um Krieg gewesen, Gefangenschaft gefallen und so weiter, waren ja im Grunde genommen nur die Alten hier und die ganz Jungen, die hier hoch mussten zum Friedhof. Die Ermordeten wurden pauschal zu Kriegsgefangenen erklärt. Damit war ein Anrecht verbunden auf eine ehrenvolle Bestattung, auf ein Einzelgrab. Und das ist letztendlich auch der Mechanismus gewesen, mit dem die Amerikaner der Stadt die Verpflichtung auferlegt haben, diesen Friedhof in Ehren zu halten und ihn dauerhaft zu pflegen. Es ist bis heute ein alliierter Militärfriedhof. Am 25. April 1945 findet die offizielle Beisetzung der Opfer statt. Der Stabschef der Division, Oberst Lynch, spricht zu den Garde liegender Bürgern und endet mit den Worten Sie haben die Achtung der zivilisierten Welt verloren. Der Friedhof ist ein großes geometrisch ausgerichtetes Grabfeld. Auf jedem Grab ein weißes Kreuz. Die Gestaltung des Friedhofes, so wie wir es hier sehen mit den vier Teilfeldern und überhaupt diese gesamte ehrenvolle Anlage, das ist die amerikanische Variante eines Ehrenfriedhofes, Militärfriedhöfe, wie wir sie auch in der Normandie oder in Arlington zum Beispiel kennen. Da die Namen der Ermordeten zunächst unbekannt waren, haben die amerikanischen Truppen einen Ermittlungsreport angelegt und alle Spuren, die sie hatten, in diesem Bericht dokumentiert. Einziger Anhaltspunkt für eine spätere Identifizierung war ein Aufnäher auf der Häftlingskleidung, auf dem die Häftlingsnummer und die Nationalität der betreffenden Person eingetragen war. Die meisten Opfer des Gardelegener Massakers aber starben im Feuer, auch ihre Kleidung verbrannte. Das Tätowieren der Häftlingsnummer in den Unterarm wurde nur in Auschwitz vorgenommen. Und so schrieben die Amerikaner auf insgesamt 711 Kreuze, deren Tote nicht identifiziert wurden, unbekannt. Auf den restlichen 305 Kreuzen oder Stelen mit Davidsternen für die jüdischen Opfer stehen Zahlen. Sie sahen vor allem die Häftlingsnummern. Das waren die Nummern, die die KZ-Häftlinge eben in den Lagern bekommen hatten. Das war Teil der Entmenschlichung im Rahmen des KZ-Systems, dass Menschen zu Nummern degradiert wurden. Teilweise sehen wir auch noch Länderbuchstaben. Das waren eben auch Länderzuschreibungen, die die Häftlinge seitens der Lagerverwaltung bekommen haben. Hier B für Belgien, P für Polen, R für Russland. Das ist auch Tätersprache. Es hat damals niemanden interessiert, ob derjenige ein Ukrainer war oder ein Armenier oder ein Georgier. Alle aus der Sowjetunion haben das R bekommen. Die Namen selbst wurden erst im Nachhinein, so gut es ging, wieder ermittelt. Durch Recherchen in den Archiven nach Transportlisten, durch Namensabgleich in den Akten der Lagerverwaltung, insofern die noch im März, April 1945 weitergeführt wurden und auch bis heute überliefert wurden. Ein Beispiel. Zbigniew Walz. Sein Grab befindet sich im Feld B, Reihe 7, Grabnummer 163. Auf seinem Kreuz steht die Nummer P 41672. Auf den Listen der Amerikaner ist seine Häftlingsnummer eingetragen und der Standort seines Grabes. Das weltweit bedeutendste Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus ist das Archiv in Arolsen, in dem sich Hinweise zu 17,5 Millionen Menschen finden. Das Archiv wurde 1948 von den Alliierten als International Tracing Service gegründet. In der nordhessischen Stadt Bad Arolsen befand sich nach dem Krieg der Internationale Suchdienst. Auf der Basis der dort gesammelten Daten baute das Archiv auf. Zu den Todesmärschen, zu den Konzentrationslagern und speziell zu dem Massaker in Gardelegen finden sich viele Akten. Für den Häftling P 41672 ist notiert, Am 7. April 1944 ins KZ Buchenwald von der Berliner Stapo überstellt. Name? Spigniew Walz. Grund? Politischer Pole. Beruf? Gärtner. Angeblich nie ernsthaft krank gewesen. Kurzsichtig? Brillenträger. Spigniew Walz' Häftlingskarte befindet sich im Archiv von Arolsen und ist seit 2020 sogar online einzusehen. Ich selbst bin bei Recherchen zu einem Buch über polnische Widerstandskämpferinnen auf ihn gestoßen. Walz war der Verlobte einer meiner Protagonistinnen, Tina, Kristina Wituska. Sie nannte ihn Nick. Als ich mit der Arbeit begann, kannte ich nur seinen Namen und ich wusste, dass es eine Verbindung zu Tina gab. Detail für Detail rekonstruierte ich sein kurzes Leben. Viele Lücken aber bleiben. Doch ich kann einem der 1016 weißen Kreuze auf dem Friedhof in Garde liegen ein Gesicht geben, eine Biografie, sogar eine Liebesgeschichte. Ich habe dir schon geschrieben, dass ich mich mit Tina verlobt habe. Du wirst vielleicht etwas überrascht sein. Aber ich glaube nicht, dass du etwas dagegen hast. Das schreibt Nick seinem Vater, einem damals bekannten Arzt in Warschau. Zum Zeitpunkt des Briefes ist Nick bereits seit drei Jahren heimlich mit Tina verlobt. 1938, beide sind 18 Jahre alt, müssen sie sich für ein Jahr trennen. Nick muss zur Unteroffiziersausbildung nach Wollünien. Tina tritt 2000 Kilometer entfernt eine Kur in der Schweiz an. Der einzige Kontakt damals, ihre Briefe. Ich bin endlich schrecklich glücklich. Ich bin endlich beruhigt, dass dieses Jahr uns nicht trennen wird. Im Gegenteil, es wird uns einander näher bringen. Tinusia, ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen. Es sei denn, zweierlei könnte passieren. Entweder, wenn mich die Hölle holen würde, oder ein anderes Unglück. Nicht einmal ein Jahr vergeht und die Hölle holt ihn. Der Zweite Weltkrieg. Nick gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft, wird danach Zwangsarbeiter in einer Gärtnerei in Neubrandenburg. Dort lässt er sich fotografieren. Es gibt zwei Varianten des Fotos. Ein offizielles mit dem P für Pole auf der linken Brustseite des Jacketts und ein Foto, bei dem das P verdeckt ist. Das schickt er mit Grüßen an Tina nach Warschau. Doch der Briefwechsel wird den beiden zum Verhängnis. Denn unabhängig voneinander arbeiten sie im politischen Untergrund und tauschen sich darüber aus. Als polnischer Zwangsarbeiter sammelt Nick für den polnischen Untergrund in Deutschland Informationen und gibt sie weiter. Die Gestapo verfolgt diese Kontakte und verhaftet Nick. In einem Telegramm der Gestapo-Leitstelle heißt es, Ich bitte, die Genannten festzunehmen, für eingehende Durchsuchung der Wohnungsorge zu tragen und die Ermittlungen auch auf den Bekanntenkreis der Betreffenden auszudehnen. Die Gestapo findet bei Nick Briefe von Tina und dehnt auftragsgemäß die Ermittlungen auch auf sie aus. Tina wird wie Nick verhaftet. Beide werden sie vor das höchste deutsche Gericht, das Reichskriegsgericht gestellt und wegen Hochverrats angeklagt. Im Untersuchungsgefängnis in Berlin-Moabit schreibt Tina einer Freundin, Ich habe ihn fünf Jahre nicht mehr gesehen. Als ich 18 Jahre alt war, haben wir uns verlobt. Da fuhr ich für ein ganzes Jahr in die Schweiz. Ich bin nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Krieges nach Polen zurückgekehrt. Ich habe ihn nicht gesehen, weil er schon eingezogen war. Er geriet in Gefangenschaft. Weißt du, wo wir uns wieder nach mehr als vier Jahren Trennung getroffen haben? Hier in Berlin bei einer Vernehmung der Gestapo. Komisch nicht? Ich bin reingefallen, weil man bei ihm meine Adresse gefunden hat. Was als leichte Sommerliebe begann, wird zur tragischen Verstrickung. Tina, Christina Vituska, verurteilt das Gericht wegen Spionage zum Tod. Nicks Prozess ist für später vorgesehen. Tina möchte deshalb nicht, dass er von ihrem Urteil erfährt und schreibt ihre Familie in Warschau. Spysiek hat einen rührenden Brief geschrieben. Auch er befürchtet ein strenges Urteil. Er ist davon überzeugt, dass ich meine Verhandlung schon hinter mir habe und bittet mich, ihm unbedingt die Wahrheit zu schreiben. Ich weiß selbst noch nicht, was ich tun soll. Denn ich fürchte, dass ihm die Nachricht das Gleichgewicht nimmt, dass er für seine eigene Verhandlung so nötig braucht. Ich mache mir Sorgen um Spysiek. Es wäre vielleicht besser, ihm vorläufig nicht zu schreiben, was geschehen ist. Der Junge ist sowieso traurig genug. Doch zur Überraschung von Tina und Nick fällt sein Urteil mild aus. Er wird wegen Nicht-Anzeige eines Verbrechens zu einem Jahr Straflage verurteilt. Die sechs Monate seiner Untersuchungshaft werden auf das Strafmaß angerechnet. Aus der Urteilsbegründung Eines Verbrechens der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens ist der Angeklagte nicht zu überführen. Nach seiner und seiner Familie Vergangenheit erscheint sein Vorbringen, dass er nicht gegen Deutschland eingestellt sei, nicht unglaubhaft. Nach seiner eigenen Angabe wusste aber der Angeklagte, dass die Organisation, der seine Braut Christine Wetuska angehörte, hochverräterische Ziele verfolgte. Er wäre daher verpflichtet gewesen, der Behörde von dem Bestehen der Organisation und der Zugehörigkeit seiner Braut zu derselben rechtzeitig Anzeige zu machen. Sicher wisst ihr schon von dem günstigen Urteil Spüchecks. Ich stelle mir das Glück von Frau Wander vor und bin selbst nicht weniger glücklich. Gleich am anderen Tag nach der Verhandlung hatten wir ein Wiedersehen und konnten uns länger unterhalten. Spücheck war strahlend vor Freude und ich stelle mit Befriedigung fest, dass er fabelhaft aussieht. Er war übrigens auch völlig zufrieden mit meinem Aussehen. Tina, die als Zeugin im Prozess auftritt, schreibt den Angehörigen in Warschau, die untereinander ständig in Kontakt sind, auch mit Frau Wander, Nicks Mutter. Auf jeden Fall fühle ich, wenn ich an Nick denke, eine riesige Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal, dass er gerettet ist. Ich nehme nicht an, dass mein Tod irgendeinen Einfluss auf sein späteres Leben haben wird. Er ist doch noch so jung. Ich freue mich auch sehr, dass es dem Nick in Berlin gut geht. Ich glaube aber nicht, dass er nach der Absitzung seiner Strafe nach Hause entlassen wird. Deutschland braucht viel Arbeitskräfte. Tina hat es geahnt. Nick wird nicht entlassen. Er kommt in sogenannte Schutzhaft, ab April 1944 ins Konzentrationslager Buchenwald. Von dort schreibt er der Mutter Briefe. Damit diese Briefe durch die Zensur kommen, müssen sie deutsch geschrieben sein und unbefangen klingen. Nick schreibt, als sei er umgezogen. Liebe Mutti, ich sende dir meine neue Adresse und danke für deinen letzten Brief, welcher mich sehr gefreut hat. Schade nur, dass du so selten an mich schreibst. Zur Christine will ich am nächsten Mal schreiben. Ich weiß genau, dass ihr mein Brief wird große Freude bereiten. Bitte schreibe ihr ein paar gute Zeilen von mir. Wir kennen uns beide so gut, dass trotz wenigen Worten können wir uns gut verstehen. Nicks Mutter wird erst mehr als 20 Jahre nach dem Tod ihres Sohnes erfahren, dass er ermordet wurde. Und wo? Das erzählt mir Nicks Schwägerin 2010 in Warschau. Wanderwalz las 1968 in der polnischen Zeitschrift Kultura einen Artikel über das Massaker in Gardelegen. Der ging auf die Erinnerungen des Polen Romuald Bonk zurück, der das Massaker in der Isenschnibberscheune überlebt hatte. In diesen Erinnerungen taucht Zbigniews Name auf. Aus den Erinnerungen des Überlebenden Romuald Bonk. Es fielen einige Maschinengewehrsalven. Es kam zum Durcheinander zwischen den Häftlingen. Viele sind umgefallen und von den anderen niedergetrampelt worden. Zu diesem Zeitpunkt glauben die Häftlinge noch, dass sie in die Isenschnibberscheune zum Schlafen geführt worden seien. Da Bonk im Artikel hinzugefügt hatte, dass es sich bei Zbyshek W. um den Sohn des Besitzers des Warschauer Krankenhauses Omega handelt, ist sicher, dass Zbigniew Falz Nick der Rufer war. Der Häftling mit der Nummer P41672. Jener Nummer, die auf seinem Kreuz steht. Eines der 1016 Kreuze auf dem von den Amerikanern eingerichteten Ehrenfriedhof. Hier ist ein typisches deutsches Köln in Gardelägen. 1100 Menschen wurden in den Köln verbrannt und lebend verbrannt. Die, die in ihrer Angst haben, wurden verbrannt, als sie verbrannt wurden. Im Juli 1945 ziehen die Amerikaner ab und Gardelägen wird unter sowjetische Verwaltung gestellt. Der Friedhof behält seinen Status als Militärfriedhof. Doch es beginnt die ideologische Vereinnahmung des Massakers in die sozialistische Gedenkkultur. Deren bekanntestes Beispiel ist, neben Sachsenhausen und Ravensbrück, Buchenwald. Im Vordergrund steht dabei immer der Kampf der deutschen Arbeiterklasse gegen den Faschismus. Die DDR, als selbsternannte Erbin des Antifaschismus, verordnet über ihr Kulturministerium eine entsprechende Gestaltung all dieser Gedenkstätten, auch in Gardelägen. Andreas Fröse zu den baulichen Umgestaltungen. Was wir hier sehen, diese Gedenkmauer, den Platz davor, auch diese Figurenstatue, das sind alles Gedenkzeichen, eine bauliche Gestaltung, die in den Jahren und Jahrzehnten nach dem Massaker hier entstanden sind. Von der Scheune selbst ist praktisch nichts mehr erhalten. Es war ein Steingebäude, das noch einige Jahre nach dem Massaker als Ruine bestand. Und ab 1949 hat man dieses Gebäude abgerissen und eine Gedenkmauer errichtet. Diese Gedenkmauer, die wir hier sehen, ist sozusagen nicht die originale Fassade, aber sie ist der originalen Fassade der Feldscheune nachempfunden. Es wurden auch einige Steine aus der Feldscheune in dieser Mauer noch verbaut. Ansonsten ist noch der Fußboden dort hinten, der Steineistrich, der ist noch im Originalen erhalten. Alles Weitere, dieser Versammlungsplatz vor der Gedenkmauer, auf dem wir nun stehen, ist dann auch ab Anfang der 50er Jahre angelegt worden. Die Mauer war 1953 fertiggestellt. Und in den Jahren danach, wenn wir hier auf die andere Seite zurückblicken, dann sehen wir diesen Aufmarschweg, der für Gedenkveranstaltungen, für große Gruppenveranstaltungen genutzt wurde. Entlang des Weges, die Steine mit den Nationen, mit den Ländernamen, aus denen die Häftlinge auf dieses Gelände geführt wurden. Und natürlich auch der Friedhof im Hintergrund. Das als Gesamtanlage, verbunden mit der Parkfläche dazwischen, ist bis Anfang der 70er Jahre fertiggestellt worden, als Mahn- und Gedenkstätte zu DDR-Zeiten. Der Aufmarschplatz ist auf die Gedenkmauer ausgerichtet. Auf einer weißen Wand steht in Bronzelettern, dass hier antifaschistische Widerstandskämpfer ermordet wurden. Die DDR vereinnahmte die Opfer. Anders politisch und rassisch Verfolgte wurden marginalisiert, auch der bürgerliche und kirchliche Widerstand. Widerstandskämpfer heißt eine Figur, die der Magdeburger Bildhauer Joachim Sendler geschaffen hat. Sie ragt links der Inschrift in den Himmel. Ein aufrecht stehender Mann, abgemagert, doch kämpferisch die rechte Hand zur Faust geballt. Am Beispiel dieser Statue beschreibt der Historiker Andreas Fröse, wie die ideologische Überformung des Massakers in der DDR funktionierte. Wir sehen diese Bronzestatue, die auf einem Sockel überlebensgroß hier über dem Platz thront. Sie ist Albert Kunz nachempfunden. Albert Kunz war ein sozialdemokratischer Politiker, der ins Konzentrationslager Mittelbau-Dora deportiert wurde. Dort auch im Januar 1945 erschossen wurde. Diese Statue hier in Gardeligen ist ihm nachempfunden. Sie wurde 1971 hier errichtet. Er bezieht sich sozusagen auf einen Menschen, der selber gar nie hier in Gardeligen war. Albert Kunz ist ähnlich wie Thälmann in Weimar und in Buchenwald als Idol verehrt worden. Er wurde sozusagen als Vorbild eines, in der damaligen Wortwahl, antifaschistischen Widerstandskämpfers gelobt. Und die Art und Weise, wie er hier auf dem Sockel dargestellt wird, das hat auch eine räumliche Vorbildfunktion. Die Jugendlichen, die sich hier zu offiziellen Veranstaltungen auf diesem Platz versammeln mussten, sollten zu ihm aufblicken und sollten ihn als Vorbild nehmen für ihren eigenen Kampf gegen den Faschismus, wie es in den 70er Jahren zu DDR-Zeiten eben hieß. Das war die offizielle Kontinuitätslinie, die von staatlicher Seite gezogen wurde. Die damaligen Kämpfer gegen den Faschismus in den Konzentrationslagern haben ihren Kampf geführt. Und also ihr bitteschön, ihr Bürgerinnen und Bürger der DDR, vor allem die Jugend, ihr führt nun den heutigen Kampf gegen den Faschismus, was damals eben immer hieß, der Faschismus, der saß natürlich in der alten Bundesrepublik im Westen. Die Gedenkstätte umfasst ein großes Areal von fünf Hektar. Die Gedenkmauer, die an die Scheune erinnert, ist schon von Weitem zu sehen. Den Aufmarschweg säumen große Steine mit Ländernamen. Dahinter wehten zu Zeiten der DDR zu den entsprechenden Anlässen die jeweiligen Fahnen der Länder. Zur Ausstattung gehören auch meterhohe Flammenschalen, die heute nicht mehr benutzt werden, aber wie die gesamte Gestaltung des Geländes unter Denkmalschutz stehen. Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen, die hier noch zu DDR-Zeiten stattfanden, hat man diese Flammenschalen genutzt, nicht nur hier in Gardelegen, das war auch in vielen anderen Mahn- und Gedenkstätten so. Also wenn Sie in der Gedenkstätte Buchenwald sich beispielsweise die Gedenkanlage von 1958 anschauen, die arbeitet auch mit Flammenschalen. Das war einfach Teil des rituellen Ablaufs dieser Gedenkveranstaltungen. Hatte auch etwas sehr Emotionalisierendes, etwas sehr Pathetisches, etwas sehr Weihevolles. Diejenigen, die an diesen Veranstaltungen als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen teilgenommen haben, berichten das auch oft. Manchmal auch mit einem etwas verklärten Blick. Heute ist es so, dass wir diese Flammenschalen natürlich auch noch als Zeitzeugnisse, als Relikte hier stehen haben. Sie sind auch unter Denkmalschutz, allerdings werden sie eben heute nicht mehr für die Gedenkveranstaltungen genutzt. In der 40 Jahre währenden DDR wurde immer am 13. April des Massakers in Gardelegen gedacht. Wie Buchenwald und andere Gedenkstätten wurde auch dieser Ort im Sinne der politischen Bewusstseinsbildung genutzt. Hier wurden zum 1. Mai Veranstaltungen begangen, hier wurden Volkspolizisten vereidigt. Die FDJ hat sich hier mit Jugendlichen versammelt. Dieser Ort ist sozusagen im öffentlichen Leben der Bevölkerung von Gardelegen und der näheren Umgebung sehr präsent gewesen. Das führt eben auch dazu, dass die Gedenkstätte heute kein unbekannter Ort ist. Jeder, der hier in Gardelegen aufgewachsen ist, ist mit diesem Ort aufgewachsen, weil er im Laufe seines Lebens öfters hier auch an Veranstaltungen teilnehmen musste. Das waren entsprechend auch Massenveranstaltungen, an denen man verordnet teilnehmen musste. Insofern hatte die Gedenkstätte damals sehr viele Besucherzahlen. Die lagen immer im fünfstelligen Bereich auf das Jahr gerechnet. Allerdings darf man aus diesem offiziellen, staatlich verordneten Charakter nicht auf das zurückschließen, was die Teilnehmenden sich in ihren Köpfen gedacht haben. Das Gardelegender Ehepaar Helga und Erhard Pohlan, heute beide Rentner, hat es selbst erlebt. Ich habe ja mal gelernt hier in Gardelegen und da waren wir zu allen Gedenktagen hier oben. Und da war es ja so gewesen, da war hier vorne der große Platz, war voll mit Schulklassen gewesen und Betriebe, Brigaden und so weiter. Also da war sehr viel los. Die Kinder haben hier die Pionierer Heiztücher um die Kreuze gebunden, haben auch zum Teil die Gräber gepflegt, auch hier vom DfD oder Brigaden und so weiter. Also da wurde an und für sich sehr viel gemacht. Nein, wir haben es nicht als Zwang empfunden. Wir sind ja auch von der Schule hier immer hochgekommen. Diesen schwarzen Weg, haben wir immer gesagt, den sind wir dann gegangen und dann wurde hier diese Veranstaltung, war dann da. Obwohl, manchmal haben wir es nicht richtig verstanden, was die vorne gesagt haben, weil das mit den Mikrofonen nicht richtig hinhaut. Aber bei uns war es dann so, nächsten Tag, wir schreiben jetzt einen Aufsatz darüber. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja nichts verstanden, was sollen wir schreiben? Ja, wir haben dann gesagt, gut, dann schreiben wir eben, was wir im vorigen Jahr erlebt haben oder was wir denn eben da empfinden davon. Über viele DDR-Jahre hin ging bei den Veranstaltungen der Mahn- und Gedenkstätte Isen Schnibbe ein Mann in der ersten Reihe, der als Überlebende des Massakers große Achtung genoss, Karl Semmler. Er kam als KZ-Häftling nach Gardelegen und überlebte. Doch ein Teil seiner Geschichte wurde in der DDR unterschlagen. Er war, wie etwa 20 andere Häftlinge, von der SS bei dem Gardelegener Massaker als Helfer eingesetzt worden. Er bekam Uniform und Waffe und hinderte Häftlinge daran, aus der brennenden Scheune zu fliehen. Semmlers Stasi-Akte ist zu entnehmen, die DDR-Behörden kannten sehr wohl seine ganze Geschichte, setzten ihn aber damit unter Druck, um ihn zum Vorzeige-Antifaschisten zu machen. Nach dem Ende der DDR wurde seine Beteiligung am Massaker streng bewertet. 2004 zeigte der damalige Museumsleiter von Gardelegen zehn KZ-Häftlinge, die Funktionshäftlinge waren, als Beteiligte am Massaker an. Das Verfahren wurde wenige Jahre später eingestellt. Ob die Anzeige im Zusammenhang mit dem Fall von Karl Semmler steht, ist unklar. Es gab im System der Konzentrationslager das Instrument der Funktionshäftlinge. Das war von der Lagerverwaltung ein Mittel, um die Häftlingsgesellschaft zu spalten. Es wurden gezielt einzelne KZ-Häftlinge in verschiedene herausgehobene Funktionen eingesetzt. Sie waren mit Aufgaben vertraut, als Kapos, als Lagerälteste, als Stubenälteste, als Beschäftigte in den Schreibstuben, in der Lagerverwaltung. Man darf das allerdings nicht als Kollaboration missverstehen. Es waren nach wie vor vom Status Häftlinge. Sie waren also nicht Teil der Wachmannschaften. Und sie waren in einem Zwiespalt. Diese herausgehobenen Funktionen haben ihnen einen gewissen Einfluss ermöglicht, haben es ihnen auch möglich gemacht, Entscheidungen zu treffen, ihren Mithäftlingen zu helfen. Sie waren dadurch auch in einer Position, Macht und Gewalt mit auszuüben. Jede Entscheidung, die sie getroffen haben, der einen Häftlingsgruppe zu helfen, war automatisch auch eine Entscheidung gegen die Hilfe für andere, denn das System im Konzentrationslager war auf Knappheit angelegt. Es gab von allem zu wenig. Es gab zu wenig Nahrung, zu wenig Kleidung, zu wenig Versorgungsgüter zum Überleben. Und in dem Moment, in dem Ressourcen der einen Gruppe zugeteilt wurden, haben es die anderen eben automatisch nicht gehabt. Insofern ist es sehr schwierig, die Gewalt, die einige Funktionshäftlinge auch ausgeübt haben, moralisch beurteilen zu wollen. Wir müssen das heute auch vor dem Hintergrund dieses Alltages im Konzentrationslager kontextualisiert betrachten. Fröse arbeitet für die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, zu der die Isenschnipper-Feldscheune seit 2015 gehört, an einer neuen Konzeption der Ausstellung, die mit der Einweihung des neu gebauten Dokumentationszentrums 2020 für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Am Beispiel des mehrere Meter hohen Schildes, das die US-Armee 1945 auf dem Gelände aufstellte, zeigt er die verschiedenen Zeitschichten und die Veränderung der Interpretation des Massakers. Dieses Schild, das wir hier sehen, das ist eine originalgetreue Kopie der alliierten Hinweistafel, die die Amerikaner nach der angeordneten Errichtung des Ehrenfriedhofes für die Ermordeten des Massakers hier aufgestellt haben. Wenn wir hier lesen, auf Englisch und auf Deutsch in zwei Sprachen, wird hier das Geschehene und auch die Interpretation der Ereignisse von 1945 festgehalten. Und wir sehen hier schon im ersten Absatz ist eben von 1016 alliierten Kriegsgefangenen die Rede. Allied Prisoners im Englischen, das ist eine Ehrung zu den Gedenkveranstaltungen, zu den Jahrestagen des Massakers kommen auch immer hochrangige Mitglieder der US-Armee. Und im Weiteren, wenn wir die nächsten Absätze der Beschriftung uns anschauen, dann ist ja auch in der Vergangenheitsform davon die Rede, dass eben die Einwohner von Gardelingen die Ermordeten hier beigesetzt haben. Diese Tafel wurde also am Ende auch zur Dokumentation errichtet. Die Amerikaner haben ihr erklärt, was sie hier angeordnet haben und was der Stadt eben an Verpflichtung auferlegt wurde, diesen Friedhof zu pflegen. In der Gedenkkultur der DDR aber störte das von den Amerikanern errichtete Schild. Dieses Schild ist in den 60er Jahren im Original hier abgebaut worden und durch eine DDR-zeitliche Tafel ersetzt worden. Die steht heute hier nicht mehr, aber dort hinten gibt es einen kleinen Aufsteller. Da sehen wir also ein Foto der DDR-zeitlichen Tafel. Und wenn wir mal den Wortlaut vergleichen, der alliierten Tafel von 1945 und der DDR-zeitlichen Tafel aus den 60er Jahren, dann sehen wir, dass sich die Interpretation der Ereignisse verändert hat. In den 60er Jahren war nicht mehr von der amerikanischen Armee als Akteur die Rede. Die Amerikaner tauchen hier gar nicht mehr auf. Die Tafel aus den 60er Jahren ist nur noch auf Deutsch geschrieben. Und es ist auch nicht mehr von der Anordnung zur Anlage dieses Friedhofes die Rede. Hier heißt es dann, dass die Bevölkerung der Stadt die Ermordeten aus eigenem freiem Antrieb freiwillig sozusagen hier beigesetzt hat, um eben nun den Sozialismus und den Frieden aufzubauen. Also eine deutliche Veränderung der Interpretation. Das Original ist allerdings nicht zerstört worden, sondern wurde zu DDR-Zeiten auf dem städtischen Friedhof genutzt als Schuppenrückwand. Ende der 1980er Jahre wurde das Schild der Amerikaner schließlich ins Gardelegener Stadtmuseum überführt. In der neuen Dauerausstellung in der Gedenkstätte Gardelegen wird es nun gezeigt. Zu lesen ist darauf unter anderem von den harten Strafen, die nach alliiertem Militärrecht im Falle von Verstößen gegen das Respektsgebot angedroht werden. Zweimal wurde der Friedhof bereits von Unbekannten geschändet. Es gab im Herbst 2012 und im Januar 2013 zwei Anschläge auf diesen Friedhof. Es wurden Kreuze aus den Gräbern rausgerissen und zu einem überdimensionalen Hakenkreuz hier auf die Wiese gelegt. Ein eindeutiger politischer Anschlag, der auch als solcher vom Staatsschutz von den Ermittlungsbehörden eingestuft wurde. Das Verfahren ist mittlerweile ergebnislos eingestellt worden. Es hat allerdings in der Folge dazu geführt, dass die Gedenkstätte Gardelegen in den offiziellen Statistiken der Landesbehörden als gefährdeter Ort gilt. Da es sich um einen als politisch motivierten Anschlag handelte, taucht die Gedenkstätte eben auch in dieser offiziellen Sicherheitsstatistik auf. Und ja, seit dem Anschlag von Halle schaut auch die Polizei öfters auf diesen Ort und kümmert sich eben auch um den Schutz dieses Ortes in besonderem Maße. Es war furchtbar anzusehen, ja. Also irgendwie, uns ging richtig so ein Schauer rüber und wir haben gesagt, wer macht sowas bloß. Aber die haben nie rausbekommen, wer sowas gemacht hat, ja. Und es ist furchtbar. Wie oft bei solch unfassbaren, politisch motivierten Verbrechen wurden die Täter nie ermittelt. Das zeigt sich in Gardelegen mit besonderer Brisanz. Denn diese Tatsache gilt nicht nur für die Gegenwart, sondern hat Tradition. Auch die Hauptverantwortlichen des Massakers im April 1945 blieben mit einer Ausnahme straffrei. Aus den Erinnerungen des Überlebenden Georges Crétin Einem Jugendlichen gelingt es hinauszukommen. Mit erhobenen Armen fleht er um Gnade, aber er wird sofort niedergeschossen. Mein Kamerad Jean de Vigne starb mit den Worten Vive la France. Eine Minute später ist es mein Freund Jean Paris, den der Feuerstoß niedermäht. Ich fühle einen heftigen Schmerz im linken Oberschenkel. Später erfahre ich, dass es eine Salve aus einem Jagdgewehr war. Neben mir wird ein Lagergefährte am Kopf verletzt. Andere werden niedergeschossen und bedecken mich mit ihren Körpern. Das Feuer nähert sich mir. Ich versuche mich zu befreien, was mir große Schwierigkeiten bereitet. Aus ungefähr zehn Metern Entfernung benutzt mich ein Wachposten als Zielscheibe. Die Kugeln fliegen mir um die Ohren. Schließlich gelingt es mir, mich hinter den Toten niederzukauern. Eine Kugel streift mir den Rücken. Draußen wird es Nacht. Ich versuche, in die Mitte der Scheune zu gelangen und strecke mich zwischen den Toten aus. Gewaltige Explosionen von Granaten sehen den Tod überall aus. Erschöpft schlafe ich schließlich ein. Aus den Erinnerungen des Überlebenden Guy Chaimard, Franzose Als ich aufwache, ist dunkle Nacht. Ich höre nichts mehr. Ringsum herrscht vollkommene Stille. Kriechend bewege ich mich durch die Scheune. In einer Ecke brennen immer noch die Leichen. Ich gehe dorthin, um mich zu wärmen. Neben dem Feuer sehe ich eine Decke. Ich wundere mich, dass sie nicht verbrannt ist. Ich ziehe sie zurück und sehe zwei Russen, die noch leben. Sie überlebten, weil sie dicht an der Mauer ein Loch gegraben hatten und so den Kugeln entkommen waren. Wir setzen uns ans Feuer. Aus den Erinnerungen des Überlebenden Gesa Bondi, Ungar Die allerwiderlichste Brutalität ereignete sich am nächsten Morgen, als einige Wachen zurückkamen und die Tore öffneten. Sie riefen, falls noch jemand lebt, so ruft. Wir geben euch zu essen und bringen euch ins Krankenhaus. Fünf Mann meldeten sich und wurden prompt erschossen. Als Hauptverantwortlicher des Massakers wird der NSDAP-Kreisleiter Gerhard Thiele angesehen. Der 33-Jährige war 1944 nach steiler Parteikarriere im Rang eines SS-Obersturmbandführers als Kreisleiter nach Gardelegen versetzt worden. Angesichts der sich nähernden Amerikaner gab es am 12. April 1945 ein Treffen auf dem Gut Isenschnibbe mit eben diesem Kreisleiter Thiele und der SS, die die Transporte begleitete, und den Wehrmachtseinheiten, die um Gardelegen stationiert waren. Thiele gab den Befehl, die Häftlinge umzubringen. Nach einer von den Amerikanern festgehaltenen Zeugenaussage war er am 13. April um Mitternacht an der Isenschnibberscheune und forderte weiteres Benzin aus der Stadt an. Eine andere Aussage, er hätte die ganze Nacht telefoniert und versucht, Leute zu ordern, die die Spuren verwischen sollten. Diese Leute hoben am Vormittag des 14. April zwei Massengräber aus. Zu jener Zeit war Thiele bereits mit falschen Papieren und in einer Uniform der Wehrmacht geflohen. So sagte es ein anderer Zeuge, sein Gardelegender Nachbar Hans Restl aus. Die Historikerin Diana Gring hat es 1993 in ihrer Publikation »Die Todesmärsche und das Massaker von Gardelegen« festgehalten. Thiele wurde nie gefasst. Es gab im Laufe der Jahrzehnte nach dem Massaker immer wieder Ermittlungen, sowohl in Ost als auch in West. Den ersten Anstoß haben die Amerikaner selbst gegeben. Als die Amerikaner im April 1945 hier in Gardelegen waren, haben sie einen ersten Ermittlungsbericht angefertigt. In diesem Bericht finden sich schon Namen von mutmaßlich Beteiligten, aufgeschlüsselt in verschiedene Kategorien, Haupttäter, Mittäter. Da tauchen auch Namen auf, die auch in den Jahren danach bei späteren Ermittlungen immer wieder Gegenstand von Ermittlungen wurden. Es gab allerdings nie den großen Gardelegen-Prozess. Als dann die sowjetische Verwaltung für Gardelegen zuständig wurde, ab Juli 1945, haben auch diese Behörden Zugang zu den amerikanischen Ermittlungsdokumenten bekommen, haben diese allerdings nicht genutzt, um den großen Gardelegen-Prozess zu beginnen. Das ist also bis heute ein sogenannter nicht verhandelter Fall, ein Non-Trial-Case. Unter dieser Kategorie sind die Dokumente im Original auch bis heute im National Archive in Washington verwahrt. Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik gab es immer wieder einzelne Staatsanwälte, engagierte Personen, die angefangen haben, Ermittlungen zu führen. Auch die zentrale Stelle zur Ermittlung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg und das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Wien. Zusammengeführt wurden diese verschiedenen Fäden in den 90er Jahren von der Staatsanwaltschaft Stendal, die nochmal neue Ermittlungen, insbesondere gegen Gerhard Thiele, begonnen hat. Ihm wird die Hauptverantwortung für das Massaker zugeschrieben. Sie kam dann 1997 zur Erkenntnis, dass Thiele 1994 verstorben war, also wenige Jahre zuvor. Und dass er im Nachhinein des Massakers eben untertochen konnte. Letztlich war es dann so, dass Thiele seinen Nachnamen änderte und unter dem Namen Gerhard Lindemann im Rheinland lebte. Dort dann bei der Messe in Düsseldorf gearbeitet hat und eben 1994 verstarb. Er musste sich zeitlebens nie vor Gericht verantworten. Der überlebende Romuald Bonk sagte vor der polnischen Militärkommission zur Untersuchung von Militärverbrechen 1947 in Braunschweig aus, nach Augenzeugenberichten seien etwa 20 SS-Leute sofort im Gardelegen von den Amerikanern erschossen worden. Auch der zweite mutmaßliche Haupttäter, Erhard Brauni, der ranghöchste Mitglied der SS aus dem Lagerkomplex Mittelbau Dora, war Gegenstand von Ermittlungen. Brauni selbst ist vor Gericht verurteilt worden im Rahmen der Dachauer Dora-Prozesse zu einer Haftstrafe. Die hat auch angetreten und ist dann 1950 in Haft verstorben. Das erschütternde Fazit? Es gilt allerdings für das Massaker von Gardelegen, genauso wie für zahlreiche andere NS-Verbrechen, die Tatsache, dass der Großteil derjenigen, die mitgemacht haben, und das sind ja nicht nur die beiden, Thiele und Brauni, sondern es waren sehr viele Wehrmachtseinheiten, der Volkssturm, die Bevölkerung hier vor Ort war auch mitbeteiligt. Aber die alle haben sich in dieser Masse nie vor Gericht verantworten müssen. Das heißt, die Geschichte der Strafverfolgung von NS-Verbrechen muss im Rückblick sich kritisch die Frage stellen, wie es möglich war, dass die allermeisten sich nie, zeitlebens nie verantworten mussten. Wenn so viel unklar ist, es noch so viele Fragen gibt, wie kann man dann eine Ausstellung bestöcken? Wir haben natürlich das Quellenproblem, dass diejenigen, die an dem Massaker als Täter beteiligt waren, direkt keine Quellen hinterlassen haben. Wir haben die Filmaufnahmen und die Fotos der US-Amerikaner, die nach der Entdeckung des Tatortes angefertigt wurden. Wir haben Erinnerungsberichte von Überlebenden, die nach ihrer Befreiung und Rückkehr in die Heimat ihre Erlebnisse und ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben. Aber von der eigentlichen Tat haben wir keine Quellen. Und in der Ausstellung stellt sich natürlich dann die Frage, wie können wir etwas, das wir gar nicht in Dokumenten vorliegen haben, im Raum als Information zeigen. Die Ausstellungsgestalter haben sich da einen Trick einfallen lassen und versuchen, etwas modernere Wege zu gehen, auch etwas Neues auszuprobieren. Sie möchten in der Ausstellung die Geschichte des Massakers im Rahmen einer Graphic Novel darstellen. In Ausstellungen wird es noch recht selten angewandt, erst recht in Gedenkstätten. Insofern ist da die Dauerausstellung der Gedenkstätte Gadelegen auch etwas mutig und möchte mal etwas Neues ausprobieren. Auch für mich wird während der Recherche zu dem Massaker von Gadelegen klar, dass selbst jetzt, viele Jahre nach den Ereignissen, einige Fragen nicht beantwortet werden können, dass es widersprüchliche Aussagen gibt. Zum Beispiel zu der Frage, ob Gerhard Thiele am Tatort war oder nicht. Ein Problem, vor dem auch die Zeichner der Graphic Novel stehen. Dabei möchten die Zeichner durchaus auch offenlegen, dass es Überlieferungslücken gibt und dass es auch Widersprüche zwischen verschiedenen Berichten gibt. Das heißt, die Graphic Novel soll nicht alle Fragen beantworten, denn das können wir nicht. Im Gegenteil, sie soll auch Fragen offen ansprechen und die Besucherinnen und Besucher dazu zu bewegen, sich selbst auch Fragen zu stellen, wie wir heute mit diesen Ereignissen von 1945 umgehen und welche Bedeutung diese Vergangenheit für uns bis heute eben hat. Die von der Leipziger Agentur Cosmos gestaltete Graphic Novel ist an den Wänden des Gedenkstättenneubaus angebracht. Unterbrochen von Fenstern, die den Blick auf den historischen Weg lenken, den die Opfer von Gadelegen zur Scheune gehen mussten. Die Graphic Novel konzentriert sich vor allem auf den Teil der Geschichte, der nicht in Bildern festgehalten wurde. Sie setzt ein mit der Räumung der Konzentrationslager, thematisiert die Transportzüge und auch die Todesmärsche zu Fuß, den Weg nach Gadelegen, die Ankunft hier in der Stadt, dann die Vorbereitung des Massakers, die Durchführung dieses Verbrechens, danach die versuchte Vertuschung, um kurz vor dem Eintreffen der US-amerikanischen Truppen noch die Spuren am Tatort zu verwischen. Und in dem Moment, in dem die amerikanischen Truppen eintreffen, dann endet auch die Graphic Novel, denn dann leitet die Ausstellung über zu den Filmen und Fotoaufnahmen, die wir von den Amerikanern heute als Quellen haben. Dazu zählt auch der Film Death Mills, der 1945 unter Leitung von Hollywood und Robert Der 22-minütige Dokumentarfilm zeigt Aufnahmen aus den Konzentrationslagern Auschwitz, Maidanek, Bergen-Belsen und Buchenwald. Sowie Aufnahmen aus Gardelegen, die dem Film einen Schwerpunkt geben. Die Ikonografie der Gardelegener Bilder zeigt, welchen Stellenwert die Amerikaner diesem Massaker zuordneten. So werden die Gardelegener mit Kreuzen, die dann auf dem Friedhof aufgestellt werden, auf dem Rücken gezeigt. Eine Art Kreuzweg. Der Film sollte damals, nach Kriegsende, zur Umerziehung der deutschen Bevölkerung dienen und wurde in den westlichen Besatzungszonen vorgeführt. Die Konzeption der neuen Ausstellung, sagt Andreas Fröse, vermeidet eine zusätzliche Emotionalisierung. Ja, was wir dort hinten sehen, durch die Bäume hindurch scheinen, das ist das neue Dokumentationszentrum, das in den vergangenen Jahren hier errichtet wurde. Ein längliches Gebäude, das sich zwar in der Gedenkstätte befindet, aber bewusst an den Rand der Gedenkstätte gesetzt wurde. Es war die bauliche Absicht, nicht erneut in das Erscheinungsbild des Freigeländes einzugreifen, sondern sich dezent zurückzuhalten. Wir sehen deshalb ein Betongebäude, das eigentlich ein sehr schlichtes Erscheinungsbild von außen aufweist, das sich bewusst zurücknimmt. Es soll zwar erkennbar sein und ist sozusagen auch eine Informationsstelle, ein Ort für die Bildungsarbeit, aber eben, ja, es soll nicht zu dominant in das Außengelände eingreifen. Die längliche Form geht zudem zurück auf den historischen Todesmarschweg, diesen Feldweg, den wir dort hinten sehen. Das ist der eigentliche historische Weg, auf dem die Häftlinge am Abend des 13. April 1945 auf dieses Gelände geführt wurden. Und das Gebäude versucht, dieses Thema des Weges baulich aufzugreifen. Im Inneren gibt es einen breiten Flur, einen Wandelgang, der sozusagen diesen Weg baulich spiegeln möchte. Der Blick auf den Weg, den die Flüchtlinge gehen mussten, spielt eine zentrale Rolle in der Ausstellung. In einem der Räume ist deshalb zu beiden Seiten eines Fensters je ein Audio über Kopfhörer zu hören. Originaltondokumente aus der Zeit Ende März 1945. Eine Kriegspropagandarede von Goebbels zum Endsieg ist dem Frontbericht der US-Armee bei ihrer Ankunft in Deutschland gegenübergestellt. Hier noch der Aufruf zum letzten Kampf, dort die sich nähernden Alliierten. Ja, das ist sozusagen der Ort, an dem wir nun arbeiten, hier in unserem Garderlegen-Team, meine Kollegen und ich. Der Blick geht nach draußen in Richtung Friedhof, aber auch hier auf der anderen Seite in Richtung Gedenkmauer. Dieses Gebäude ist bewusst so gebaut, dass man einerseits von drinnen nach draußen schauen kann. Und eben auf der anderen Seite natürlich auch, ja, es ist gewollt, dass das Außengelände auch als Teil, als das größte Exponat an diesem Ort eben auch im Gebäude zu sehen ist. Vorne im Eingangsbereich auf der rechten Seite gibt es einen, bewusst auch dafür, einen Raum mit einem großen Panoramafenster, der auch in die Ausstellung mit integriert sein wird. Und auf diese Art und Weise gibt es ja sehr, sehr viele Blickbeziehungen zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Also auch in dieser Hinsicht ein offener Ort, der sich nicht abschotten möchte, sondern der bewusst, ja, den offenen Blick und auch das offene Gespräch suchen möchte. Der Kontakt zu den Gadelegener Bürgern ist dabei ein wichtiges Element der Arbeit. Andreas Fröse kennt natürlich auch das Gadelegener Ehepaar Polan, das seit einem Jahrzehnt ein Grab pflegt. Auf dem Kreuz des Grabes steht, unbekannt. Dennoch ist es kein Zufall, dass sich die Polans um dieses spezielle Grab 230 kümmern, im Feld C, Reihe 10. Tja, das ist natürlich, wir wissen nicht, war es ein junger, war es ein älterer Mensch, ein Jude war es sicherlich nicht, sonst wären Judenstern hier auf dem Kreuz gewesen und wo wir das Grab hier pflegen oder uns um dieses Grab hier kümmern, sind auch alle anderen hier mitgemeint auf dem Friedhof. Dass sein Großvater einer der 250 bis 300 Gadelegener war, der 1945 bei der Bestattung der Opfer helfen musste, wusste Erhard Polan. Doch dass es sich um eine lebenslängliche Verpflichtung handelt, verstand er erst, nachdem er eine Karte gefunden hatte. Eine Art Formular mit zwei gewichtigen Unterschriften. Ja, das ist die Karte hier, wenn Sie das, der amerikanische Kommandeur, der hier unter, und der erste Bürgermeister hier von Garteling. Für die Übernahme der Pflege des Ihnen auf Anordnung der Militärregierung lebenslänglich zugewiesenen Grabes auf dem Friedhof am Lindstädter Weg sind von Ihnen nachstehende Gebühren zu zahlen. Aber wir freuen uns, dass wir das gefunden haben und so lange, wie wir leben und es uns gut geht, werden wir das Grab auch weiter pflegen. Unsere kleine Enkelin, die es jetzt ein ganz pfiffiges Mädchen hat. Und das werden wir, wenn wir so lange noch mitzumachen, der auch vermitteln, dass das auch nachher hier auch weiter so gemacht wird hier oben. Wir hoffen, dass das weiter übernommen wird. Zwei Drittel der Toten auf diesem Friedhof sind unbekannt. Die Namen der bisher 305 Identifizierten sind in einem metallenen Buch zu lesen, das auf einem Pult auf dem Friedhof ausliegt. Zwei Namen konnten im vergangenen Jahr ergänzt werden. Denn ein Bereich der Forschungsarbeit von Andreas Fröse und dem Dokumentationszentrum ist es, auch heute noch weitere Opfer zu identifizieren. Wir haben jetzt im Rahmen der Recherchen für die neue Dauerausstellung nochmal uns in die Archive begeben und einige Bestände angeschaut. Manchmal hat man Glück. Im letzten Jahr hatten wir das Glück, zwei neue Namen wiederzufinden. Zum einen habe ich in einem Archiv in Frankreich noch Listen einsehen können, die bisher noch nicht so beachtet wurden. Und zum anderen hat eine Familie aus Polen, die Enkelin eines Ermordeten, private Dokumente an die Gedenkstätte herangetragen. Und auf dieser Basis war es dann möglich, das bisher bekannte Archivmaterial mit diesen neuen Privatdokumenten zusammenzubringen und einen neuen Namen zuzuordnen. Die sozialen Medien spielen in der Kommunikation der Gedenkstätte eine Rolle, Facebook, Instagram und Twitter. Auch über diese Kanäle entstehen Kontakte. Und es zeigt sich, das Massaker von Gardelegen ist keine Provinzgeschichte. Pro Woche geht aus aller Welt mindestens eine Anfrage von Hinterbliebenen, von bis heute Vermissten ein, die wissen möchten, ob auch ihr Angehöriger in Gardelegen ermordet und bestattet worden ist. Oft meldet sich die Enkelgeneration, die beim Aufräumen auf Dachböden Fotos, Briefe oder niedergeschriebene Erinnerungen findet. Es gibt einige Familien, die den Kontakt zur Gedenkstätte gesucht haben. Teilweise gibt es auch Menschen hier aus Gardelegen, Familien, die über viele Jahre hinweg Beziehungen zu diesen Familien über die ganze Welt sozusagen gesucht und auch gefunden haben. Ja, inzwischen sind das die dritten und auch vierten Generationen von Nachkommen, von Überlebenden oder eben auch von Ermordeten des Massakers. Aber auch von den damaligen US-Veteranen, die diesen Ort entdeckt haben. Auch in diesen Familien in den USA gibt es eine Überlieferungsgeschichte, auch eine Form von Traumatisierung in einem etwas anderen Sinne. Auch dort in einer Veteranenfamilie war die Geschichte der Entdeckung dieses Massakers durchaus ein Thema, über das viele Jahre nicht gesprochen wurde. Sieben Menschen überlebten das Inferno in der Isenschnipperscheune. Die Erinnerungen von Romo Altbonk, Georges Cretin, Guy Chamellar und Gesa Bondi bezeugen es. Auch wenn niemand erklären kann, wie es dazu kam. Diejenigen, die überlebt haben, können diese Frage auch nicht eindeutig beantworten. Einige gehen in ihren Erinnerungsberichten darauf ein. Oft sind das aber Textpassagen. Sinngemäß berichten dann diejenigen, dass sie einfach wieder aufgewacht sind. Dass sie es irgendwie geschafft haben, aus der Scheune durchzukommen, dass sie eben doch unter den Toren sich noch durchgraben konnten und durch das Sperrfeuer der Geschütze eben fliegen konnten. Eine richtig rationale Erklärung können sich diejenigen selbst auch nicht geben. Auch der Pole Mieczysław Lavnicek beschrieb sein Überleben. In der Publikation des Gadelegener Stadtmuseums Tage im April findet man einen Teil seines Berichts. Um mich vor Rauch und Feuer zu schützen, legte ich mich nahe der Tür auf einen Leichenberg. Andere Häftlinge, die das Gleiche taten, schoben mich allmählich auf die Außenseite der Scheune. Dort lag ich die ganze Zeit zwischen den Leichen und täuschte selbst eine Leiche vor. Einige Meter vor mir stand die deutsche Postenkette. Ein Wachmann bemerkte, dass sich auf dem Leichenberg noch jemand bewegte und gab sofort einen Schuss ab. Das Gehirn und Blut dieses Opfers bedeckte sofort mein Gesicht. So lag ich die ganze Nacht über. Unter den Toten aus mindestens zwölf Nationen gehörten die Polen wohl zur größten Opfergruppe. Von den 305 identifizierten Toten waren 60 polnischer Herkunft, hält die Historikerin Diana Gring fest. Der überlebende Bonk sprach in seiner Zeugenaussage vor dem Militärgericht sogar von zwei Drittel Polen, die sich in der Scheune befunden hätten. Einer von ihnen, Zbigniew Walz, genannt Nick, wurde nur 24 Jahre alt. Vermutlich hat er nicht mehr erfahren, dass seine Freundin Tina ein Dreivierteljahr vor ihm starb, unter dem Fallbeil im Zuchthaus Roter Ochse in Halle. Von dort schrieb sie 1944 ihre letzten Zeilen an ihn. Mein lieber Junge, ich fürchte, du wirst weiter hinter Mauern bleiben müssen, obwohl ich so froh wäre, wenn ich dich endlich glücklich wissen könnte. Guter, treuer Freund, der Gedanke an dich hilft mir, über manche schwere Stunde hinwegzukommen. Es ist töricht, an die Zukunft zu denken, wenn man immer noch auf der Kippe steht. Du weißt es aber selbst, dass man sich in manchem verzweifelten Augenblick an etwas Felsenfestes klammern muss, um durchzukommen, und so felsenfest ist mir auch deine Liebe erschienen. Ich danke dir, lieber Nick. Mir ist manchmal so bange um dich, aber ich will das Beste hoffen. Bleib mir nur gesund. Es grüßt dich, deine Christine. Der Holocaust von Gardelegen Eines der schwersten Verbrechen in den letzten Kriegstagen 1945 Dokumentation von Simone Trieder Es sprachen Conny Wolter, Beatrix Hermens, Sophie Schulze, Ben Hähnchen und Ben-Garret Hernandez Schnitt und Ton Holger Klimchen Redaktion und Aufnahme Katrin Wenzel Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020